Hey, das ist eine APC Lusitana ukulele, ein Soprangröße UKSLK, mit einem laminierten Decke und Boden aus Akazie. Das gute Stück hat zwölf Bünde bis zum Korpus, wie üblich für ein Sopran ukulele, insgesamt 16 Bünde und wir haben darauf Aquila Super Nilegut Seiden. Jawohl. So, und jetzt gucken wir doch einfach, was das gute Stück so drauf hat. Los geht das. So, und jetzt gucken wir doch einfach. So, und jetzt gucken wir doch einfach. Ja, all right. All right.